Zweiter WUAH! Hast du vielleicht echt gute Chancen? Das ist richtig Alter, willst du mich verarschen? Direkt mal abgeschossen worden, fand ich gut Also so nennt sich dieser Crip, ja Ja, da hat man halt bei 30 kmh nicht so gespürt, oder? Näh! So nennt 30 kmh! Oh, hinten dreht sich so ein Vernum Ja, ich hab nen gern Flügel Dank Flasche Ja, mit der linken Hand auf der rechten Kopfseite kratzen Ja, ganz natürlich aus, Alter, was ist das denn für ein Held hier? Das Stechen Das ist so gut, ne? Ich hab Puls, ey! Ich hab Puls, ey! Ich hab Puls, ey! Wenn du die Intermediens gewöhnt ist, ne? Dann bremst du viel zu hoch Minimal! 200 Meter Oder 200 Maxa, du hast fast unseren dritten Teammate ein Hm, Lidl hält mich auf Ne, der Teammate ist hinter mir Was ist denn? Was ist denn? Der Fred gar nichts, ne? Loli Wolfgang Loli Ich bin Zweiter. WTF?! Alter, der ist ja unsichtbar! Der wurde alter, der ist unsichtbar! Ach, nee! Ach, Gott! Das Riegel geht quer auf den Charakteren. LOL! Alter, was da denn passiert bei euch? Ja, der Friede ist auf dem Start-Team geraten vor einmal auf der Erde standen und du kannst nicht mehr bremsen. Nein, gib dir ja keine Schuld, die ist so gerne! Aber was denn da? Du hast doch nicht den schönen Moment auf Aufnahme. Ich hab's aber direkt leicht gesehen. Die sind alle vor mir, und die sich alle weggehauen. Überm Start! Max und der eine Typ! Ey, der macht halt voll zu! Obwohl ich neben ich bin! ... 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 nicht wo vor mir schießen sich gerade hat uhr und natürlich so geschossen nach allem stehen geblieben nicht vorbeulassen die situation die ratten hat doch gerade problemen Irgendwie. Auf der nächsten Gerade hole ich dich. Ja, weil du die S hast. Bitte nicht vorbeiziehen hier. Wollt ihr mich verraschen? Was ist das jetzt für eine Scheiße hier? Was ist das für eine Scheiße hier? Angel hat auch einen Frontflügel wechselt. Magst du versuch dich mal vor Angel zu sneaken? Ich dachte ich bleibe hinter dir. Ich habe eine Flagge. Ich habe eine Flagge. Die Kurve würde ich so gerne überholen. Aber das sieht man so falsch aus. Ich habe eine Flagge. Ich habe eine Flagge gegen mich gemacht. Punkt. Und dann reicht auch ein Video, was fünf Jahre alt ist. Es macht es schlimmer, wenn es älter ist. Das ist so eine Kompilation. Ich habe eine Flagge. Ich habe eine Flagge. Ich habe eine Flagge. Ich habe noch eine Flagge... Ich habe eine Flagge. Das ist so unangenehm. Ich habe eine Flagge. Ich habe einen Flagge. Ich habe eine Flagge. Musik Keine Ahnung, kann ich auf die Map gucken? Weiß nicht was du so für Freizeit hast in den Van Stimmt, du hast ja Dings vs... Ich hab Map mittlerweile wieder an, aber... Ja, die sind alle gerade in der letzten Kurve Hm, ich auch Ich bin direkt in den Pulk da drin Warte, mein Teammate Distance 3.3 Sekunden? Wo bist du, Tom? Warte Neunter? Zehnter? Zehnter Alter, was geht da bei euch, ja? Ja, da ist bloß ein AFK Max, glaubst du, dass Flasche ein Inside-Job war? Ne, ich glaub das war eine Mist... Hat er nicht gesagt ... Jawohl, meine Strategie hat funktioniert... ...es Pader in Boxen-Strategie überhoben... ... 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 will alt komplett egal ob es so wer hat es fährt bis ins Geld nur ein Aar schiebt dich gefühlt schon keine nicht gemerkt was geht denn bei euch ab du wirst doch gar nicht durchgereicht gefühlt ja so klein oft sind jetzt schon 14 Runden ne 13 komplett in die Tonne werfen die Dinger langsam as fuck ich komm da nicht ran das ist die Erde na jetzt hat wo ja nämlich das machen die davon schließen sie Savecore noch ab warte was ist das warte was ist das rutscht sich hier ne Lücke von 3 cm so wie ich jetzt so ha 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 ich habe das Gefühl echt das ist doch die Erde nein Tom Tom mein Vater war einfach vorbei ja du hast dich voll aufgehalten warum treffst du das ist kein ne ich hab die Kontrolle verloren jetzt ist Friede wieder vor mir wer ist denn voll der Fett vorbeifahren kennt ja dann sag doch mein Vater necken ja wie soll ich denn da was sagen ich will ja nicht wissen ja der nächsten Korb verlieh ich die Kontrolle und mein Auto kurz vorbeifahren mach ma ja bist du Zeitschler? ah ne der ist immer mit Zeitschler ne ich hab auch eine Zeitschlefe wie machst du das? und ich bin wieder weg nicht mein Rennen das sei zu gut das sei zu gut das sei zu gut ja hab die Tür auch mal aus und zum Glück wenn wir trotzdem checken ich bin so schlechte Aufmerksamkeit Spannung wenn ich darauf vorgust bin ich muss ja nach links gucken Halt den auf Halt den auf Halt den auf Halt den auf man Halt den auf Halt den auf ZSAIN McGLOAN SANDWICH ahahahahaha WELCOME TO HELL AHAH HAHAH WELCOME TO HELL MAP geguckt hat man doch bestimmt nicht gesehen oder? ne ne gut den mal da du schiebst dich selbst okay? das wird nicht gut ausgehen das wird so aus das wird nicht gut ausgehen tschüss schön mit euch brauche ne herren glaubst du selber nicht? kacke diese korve hier das ist die herde mit diesen Reifen 40% die Reifen kannst du wegwerfen das ist die herde du unglaublich langsame Dinger ich wachs ich wachs was dann? nix 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 danke okay ding ich bremse da noch n bisschen nach hast du jetzt einer Punkt wirklich fuck 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 ich verliere komplett die Kontrolle Ich hab's im Rückspiegel gesehen! Keiner in die Box gegangen, meine Strategie war richtig Bullshit. Scheiße, Mavic ist fast hinter mir, Mann. Lina, bist du an dem dran, Alex? Keine Ahnung, Mann. Komm, Friede, zieh jetzt vorbei. Wieso lässt du Friede vorbei? Um einige schneller als ich, weil ich muss meinen Reifen schonen. Damit wirst du nicht mehr zweiter. Wenn ich den Reifen nicht schonen, werde ich auch nichts weiter. Naja, 3er Platz, ne? 10. Naja. Lieber einen Punkt als keinen Punkt. Stimmt, ja mein Hauptziel war an dem Rennen, dass ich vor Maya kommen sollte, ne? Weiß ich nicht, was dein Hauptziel war. Nein, das war mein Hauptziel einfach nur aus dem Grund, weil, ähm... WUCH! ... ich hatte das Problem im Rennen, dass, äh, eben halt... Warte, warte, gerade 11 da? Ich bin auch da! Härte mit euren Strafen, ne? Das ist so krass. WUCH! 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 Oh, hat sich das gelohnt, da dran zu bleiben! WUCH! 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 WUCH!